Hallöchen meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Johnny und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren, zu einem weiteren Battleground commentary, gerade hier noch eine PvP-Fest gemacht, fast der nächsten Art-of-Fuck-Trade, gut ich fahre mir noch nicht aktiv im Moment, müssen wir am Overwatchen, wie ihr euch die Tage gesehen habt, was haben wir hier, Futter und Klo-Steine, ich geh mal grad neu hin, so und wieder das, was haben wir dann eigentlich hier, haben wir einen Heiler, nö bisher nicht, ist auch kein Heiler, kein Heiler ist nicht gut, ne, ein Mercy, aber nur Mercy, cool, Mercy kriegt das da, zweiten Heiler werden wir wahrscheinlich nicht kriegen, wobei, man weiß ja nicht, im Moment fehlen eh noch zwei Leute, das heißt ich sehe auch über BGE Target und auch hier nicht, was wir als Gegner haben, Ja, zwei Schurken von Blackrock, die werden wahrscheinlich zusammenspielen, wie haben wir mit Blackrock, wo haben wir denn eins, zwei, drei, vier, vielleicht spielt niemand noch eine Schurke, ne, die sind jedenfalls nicht in der gleichen Gilde, ne, na, aber doch die zwei, doch die zwei Decays sind in der gleichen Gilde, die werden wahrscheinlich zusammenspielen, Das sind nur noch zwei Leute, wir haben zwei Tanks, sehe ich gerade, und ein Flausche-Bär, oh, ganz wichtig, Flausche-Bär und den Bär-Bar, oh Gott, Mysteri, Arn-Bar-Mäus, Melody, Ja, oh, das ist noch eine, eine Copycat, super, wir sehen immer noch nicht die Gegner, das ist schlecht, ähm, achso, hier hat sich, äh, nix geändert, bleibt alles gleich, ich, äh, hau nochmal ein GAN raus, Moment, So, ich habe heute noch gar nichts, ah, jetzt, ah, ne, jetzt Zorn-Sonne-Mann, ich auch, okay, boah, drei Anno-Li-Dicke ist, scheiße, boah, aber auch nur ein Heiler, boah, das wird jetzt übel, So, da, dann gucken wir mal, ob wir hier rausholen können, der Falle kriegt erstmal ins Gesicht, Trigger, da ist die Bubble raus, komm, das Pad war mal kaputt, Hm, jetzt komme ich nicht mehr voran, schön, hm, geh mal weiter auf dich, ich will, du hast die Bubble raus, stunn wir dich mal, pein uns gegen, und töte dich, dann komm, fall um, fall um, fall um, so, schön, da ist er down, Was ist der Holly-Panel, machen wir mal langsam hier, Ach, muss, ah, da ist die Bubble raus, der kriegt den Stun, der HP aufbauen, ausbauen, und da ist er wieder, ah, zack, ah, down, so, da haben wir die Kay, Oh, den brauchen wir, 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 der darf nicht krepieren, Okay, der ist wieder voll, No Freedom, so, jetzt kann sich ein bisschen heilen an ihm, Zack, kommen wir aber drauf, bam, Das ist ein Match, die machen wir langsam, Richter-Teil drauf, nein, du bleibst hier, Da ist er im Block, Kann keiner weg, oh, cool, Das ist so fies, Ah, das, Temporal Shield, Okay, das ist auch weg, Guck, oh, die haben, Ach, ich muss hier mal weg, Nehmen wir unsere Lore, Oh, du Affe, Jetzt klaust du mir den Scheiß, Lass mir doch mal einen, Das hat jetzt nichts gebracht, Wo sind die Lore da oben, Oh, die wird schon penetriert, okay, dann kann ich in der Mitte bleiben, Können wir dispellen, Den machen wir langsam, Du bleibst hier mal vorne, Ach, der hat schon Freedom bekommen, Den Pally, Dann gehen wir doch den Pally, Stunnen wir ihn mal, Inline hat er ja schon, So, dann kriegst du jetzt einen Stun, Dicken Damage, Er hat keine Bottle mehr, Achso, Freedom, Stunnen, Auch gut, Und Chester ist er down, Heil Mama, Oh, die Lore haben sie wieder, Oh, Gehen wir nicht auf die Eier, Ja, Hör ab, Ah, Dark Stunt, Habe ich gar nicht gesehen, Ah, drück den Tudor, Oh Gott, Geh wir nicht auf den Sack, Oh, Und Schiss, Ah, Ne, Bubble hat er nicht, Pferdchen kostet, Kein Mana, Ne, Ich kann nicht slunnen, Ich kann nicht auch stunnen, Wo ist denn der Decay, Sehen wir gar nicht, Hä, Wo ist er denn, Müsste hier irgendwo sein, Heulig, Wenn da nichts dagegen kommt, Oh, Das ist doch eine Eule, Scheiße, Überhaupt nicht gesehen, Ja gut, Okay, Das war natürlich, Blöd, Ach, Aschwelle ist schon mit uns im Körn, Alle gestunnt, Ach der da, Das Damage entzünden, Oh Gott, Oh, Wir haben die, Wir haben drei Stützpunkte, Ne, Na, Ball wissen, Drei zu bringen, Zwei Hammer, Oh, Wir haben aber jetzt schon, Oh, Die haben 16 Punkte, Fast 500, Oh, Bleibt mal hier, Na hier, Stun, Nochmal ein Stun, Geht's jetzt kaputt, Sag ich doch, Du bist der nächste, Genau, Mal die Leute hier mitteilen, Dispillen, Naja, Ja, Das wäre natürlich lustig geworden, Irgendwie, Wenn die alle im Zerg waren, Die Decays, Nicht dann alle, Die ganze Zeit, Und hier, Was war's, Leute in der Hand, Leute, Leute, Das Licht geskillt hätte, Wenn er die ganze Zeit, Das benutzt hätte, Das wäre schon ganz nett gewesen, Natürlich die ganze Zeit, Alle ganze Zeit, Das für ein Auto das Bild, Das war schon cool, Aber es war halt irgendwie, Auch eben blöd, Ich weiß nicht, Das hätten wir halt, Ah, Das ist so eine Sache, Oh, Hier ist ink, So, Mal gucken, Ob wir irgendwas reißen können, Bubble habe ich nicht mehr, Ich habe nur noch eine Bob, Die ziehen wir auch schon mal, Oh, Palli da, Die Mitte ist sowieso aus, Sieht safe, Oh, Die Alice haben, Hä, Woher haben die die her, Haben sie ein Lohr geklaut, Wo ist die Eule, Hä, Wo ist sie, Hä, Wieso gehe ich von hier hin, Oder war das nur ein Animations, Ich habe nicht geguckt, Ob ich Schaden kassiert habe, Ne, Ich habe Schaden kassiert, Hä, Von wo, So, Guck mal her, Oh, Ich kaputt, So, Decay, Stun, Hexer auch, So, Labeln wir uns an dir, Und weg hier, Ne, Das wird zu viel, Ja, Heilen, Geh, Jog, Nerf, Scheiß, Pet da, Boah, Das Pet kaputt, Komm her, Heilen uns nebenbei ein bisschen, Okay, So, Das reicht ja schon, Wenn es kaputt ist, So, Da ist ein Mage, Mach mal nicht mal langsam, Komm her, Zack, Na, Hey, Zack, Da bist du langsam, Den heilen wir mal, Den brauchen wir, Komm raus, Komm raus, Komm raus, Zack, 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 Was ist dann, Und jetzt geht es ins Gesicht, Oh, Nicht backpedalen, Okay, Oh, Ist er hin, Da ist er, Wie er nix mehr gemacht hat, Das hat wahrscheinlich nie, Nein, Gefressen, Wusste ich mehr, Was er machen sollte, Das sah schon übel aus, Leute, Verstehen, Oh nice, 356.000 Schaden gemacht, 619.000 Schaden gemacht, Kann sich sehen lassen, Oh, da oben ist Ink, Der ist gerade tot, Der andere von uns, Mord, Ja, Mord, Oh, Was ich ja eh mehr ist, Oh, Ich war einfach mal, Ich stun noch mal, So, Oh, Ist ein bisschen Heal rein, Ah, Jetzt hat er ab, Kann ich verstehen, Wie sie sich alle nicht mehr bewegen, Der hat einen Inline gefressen, Schlecht wieder raus, Bam, Win, 845, Pfff, Wat'n dat, Ah, Das, Unsere BG-Kobe hat im BG gestern 895er Item bekommen, Ja, Dat kann sich sehen lassen, Nee, Hier kann ich weg, Ja, Ne, So, Das war's dann für heute, Ich danke dir wie immer fürs Zuschauen, Wenn dir das Video gefallen hat, Dann teilt es doch mit deinen Freunden, Lass mir einen Kommentar da, Einen Daumen nach oben, Und wenn du es nicht schon längst hast, Ein Abonnement, Und dann würde ich uns freuen, Wenn wir uns im nächsten Video, Oder im Stream sehen, In diesem Sinne, Tschüss! Tschüss! Amen.